So, da sind wir direkt wieder. Team Let's Play is no time to explain. Ja, wir müssen immer noch dieses vergackte Level machen. Störf. Du. Blöder. Kleiner. Gnum. Ah. Danke Gott. Oh Gott, let's live it up soon. What the heck was this right now? What the heck? Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Schön finde ich hier, dass mein Laser stärker ist als seiner. Nein, das war sogar... Ah, okay. Wenn ich nur verbrannt werde, starte ich in dem Level hier neu. Oh, natürlich. In dem Moment, in dem ich dann mal ein Net schieße, dann machst du sowas, ne? Alter. Ich weiß gar nicht, ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Boah, das war mal skillig, sagst du jetzt. Nein, du kannst mich mal, du Arschblütscher. Da sind wir wieder, sorry. Das Spiel war grad irgendwie mega verpackt und hat ein... Ah, ja. Und, äh, ja. Alter, ich muss das echt lernen, ey. Da. Das ist komplizierter, als du mal reinhust. Was? Ich hab das sogar geschossen, du kannst mich mal am Arschblütscher. Jawohl, so läuft das. Yeah, Standbild. Hä? Ich stand da sogar noch, du kannst mich mal... Alter. Ich will mich eigentlich verarschen. Danke, mein Gott. Geil, ich hab's geschafft. Yeah! Oh. Showdown. How brutal. Oh, fuck. Oh. Oh, scheiße. Quick, shoot the bad one. This is impossible. Which one is which? Oh, Alter. Oh, Alter. Hey. I am you from the future Jawohl Video games So Leute Dann würde ich mal sagen Ist ein wirklich richtig gutes Spiel Zu Ende gegangen Also ich muss wirklich sagen Leute Es hat mir richtig Spaß gemacht Mr. Fubi, Respekt Die Musik war auch richtig geil Ich muss wirklich sagen Das Spiel war einfach nur witzig Es war auch sehr gut Es war eine gute Steuerung und alles Also ich hatte echt richtig Spaß Und ja Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen Es kostet wirklich nicht viel Ich weiß nicht genau wie viel Ich glaube nicht mal 10 Euro Ähm Ja Und wirklich ist es Richtig Oh Alex Äh gut Alles Gute zur Hochzeit Stand gerade hier Er hätte in Las Vegas geheiratet Ja Ja ich mag euch auch Ähm Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht Es war ein Spiel was wirklich Ich war am Anfang zwar skeptisch Aber es hat wirklich am Ende Es wurde ja noch richtig abwechslungsreich Zum Ende hin Äh Respekt Also wirklich Es war richtig Es hat richtig Spaß gemacht Und auch wenn nur so wenige Level Editor Ah Level Editor Naja Ähm Also ich muss sagen Ihr habt auch gesehen Dass relativ wenige Leute am Spiel teilgenommen haben Das fand ich Ist trotzdem ein sehr gutes Spiel geworden Also Respekt Und ich würde sagen Wir sehen uns den Level Editor an Oder? Weil die Folge ist noch nicht rum Wir haben noch ein bisschen Minuten Wenn ich denn reinkomme Alter Nein Was soll das? Danke Oh 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 Warte mal Habe ich überhaupt einen Account? Nein Ich habe keinen Account Bei der Seite Na gut Naja Dann würde ich mal sagen Das jetzt nicht Ähm Ach jetzt sind wir wieder hier Oder was Warte Kann ich jetzt ins Haus rein? Noo Ich mag aber die schöne Zukunft Also die schöne Zeit Irgendwie lieber Ähm Dann würde ich Guck mal Wir haben auch fast All die Hüte freigeschaltet Ganz knapp Wann haben wir den denn freigeschaltet? Cool Ähm Jedenfalls würde ich dann sagen War es das Mit diesem wunderbaren Spiel Ich kann es euch nur empfehlen Und morgen sehen wir uns dann Bei irgendeinem anderem Spiel Was weiß ich Äh Obwohl ich weiß schon Was es sein wird Aber naja Ähm Dann würde ich sagen Einen tanzenden Abschluss Mit Mit Schönem beleuchtende Grund Und Tschüss Tschüss Tschüss